... Zeit rausgefunden, dass das Leben mit 66 beginnt und das wohl auch ein Alter ist, in dem wundervolle Ideen entstehen. Denn das nächste Lied ist tatsächlich zu seinem 66. Geburtstag entstanden und es heißt, was wichtig ist. Tja, denn manchmal besinnen wir uns erst dann auf das Wesentliche, wenn es manchmal schon zu spät ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 All das ist nichts wert ohne dich Ich dachte, es wäre wichtig, frei zu sein Ich dachte, dass ich glücklich bin allein Untertitelung des ZDF, 2020 Was wichtig ist, begreift man oft zu spät, weil man es nicht mit dem Verstand versteht. Was wichtig ist, was wichtig ist, das bist du. Udo Jürgens. Und vielen Dank an das Filmorchester Babelsberg unter der Leitung von Detlef Glemm. Vielen Dank für deine schönen Lieder. Udo Jürgens. So, ihr Lieben hier in Berlin. Vielleicht kennt ihr der ein oder andere einen Song von mir, der heißt Atemlos. Ja, schon klar, dass ihr den kennt und viele mögen ihn, ich auch. Aber es gibt natürlich auch einige, die jetzt gesagt haben, Atemlos hier, Atemlos da, Atemlos morgens, mittags, abends und nachts sowieso. Ich kann es nicht mehr hören. Und deswegen haben wir uns was einfallen lassen. Denn jetzt gibt es 14 neue Versionen von Atemlos. Viel Spaß. Viel Spaß. Applaus Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018 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 Atemlos, schwindefrei. Großes Kino für uns zwei. Wir sind heute die Lichter, die zum Sonnen, alles was ich will, ich bin hier. Wir sind große Zunächte, wir sind hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Atemlos. Vielen Dank an meine wunderbaren Tänzer und meine Band. Mensch, ihr seid ja richtig textsicher. Man könnte meinen, ihr habt den Song schon mal gehört.